Gestern, am Ende des Textes, den ich vorgelesen habe, da zitiert Dogen das berühmte Koan vom Hund und dessen Buddha-Natur. Ein Mönch möchte wissen, ob auch ein Hund Buddha-Natur hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob zufällig in dem Kloster vom Joshu ein Hund war. So wie beim Meister von Joshu Nansen offenbar mal eine Katze war und alle hatten sich um die Katze gestritten. Vielleicht gab es beim Joshu Hunde und einer fragte sich, wie ist denn das mit der Buddha-Natur bei den Hunden? Haben die die oder nicht? Ich habe eher das Gefühl, vielleicht war es auch so, ich habe aber eher das Gefühl, der Mönch wollte wissen, wie ist es mit mir? Bin ich wirklich Buddha? Und wenn ja, wie kommt es, dass ich mich einfach nur eine halbe Stunde, eine Stunde hinsetzen muss? Und da kommen all diese Gedanken hoch, wie ich will was Leckeres essen. Ich will mich paaren. Letztlich kein großer Unterschied zu dem Hund da. Stimmt das wirklich, dass jemand wie ich Buddha-Natur hat? Und wenn ja, wo ist diese Buddha-Natur? Joshu, zeig mir meine Buddha-Natur. Hilf mir. Sag mir. Sag mir, dass auch ich Buddha-Natur habe. Bitte. Bestätige mich. Und Joshu sagt, was alles Mögliche heißen kann. Zunächst mal heißt es, da ist nichts. Nein, nichts. Was machst du mit dem Mu? Fragte Dogen gestern. Machst du deiner Frage. Das ist deine Frage. Wenn wir jetzt nach der Buddha-Natur von Hunden und Katzen fragen, ist es nicht mehr unsere Frage. Wo ist deine Buddha-Natur? Zeig sie mir. Geh nicht zu Joshu, in der Hoffnung, dass Joshu dir die Buddha-Natur zeigt. Wo ist sie? Joshu sagt, Mu. Was machst du damit? Kannst du es fassen? Kannst du dein Leben und Tod fassen? Was ist Praxis? Was sind Berge und Flüsse? Was sind Häuser? Ställe? Was kannst du überhaupt fassen? Stell dich deiner Frage. Und es kommt nicht darauf an, so schnell wie möglich mit einer klugen Antwort anzukommen. Sondern immer wieder nackt vor dieser Frage zu stehen, die letztlich keine Antwort zulässt. Deshalb, ich glaube nicht, dass Dogen, als er in China diese Worte hörte, Körper und Geist sind abgefallen. Da machte es Klick. Oh, jetzt habe ich die Antwort. Super. Jetzt gehe ich zurück nach Japan und erkläre den Japanern, wie man das macht, Körper und Geist abfallen lassen. Sondern ich glaube auch Dogen hat sich immer wieder gefragt, ja und was bedeutet das jetzt konkret an diesem Punkt meines Lebens? Nach seiner China-Reise lebte Dogen 15 Jahre in der Hauptstadt Japans, Kyoto. Also sozusagen war er zurückgekehrt auf den Marktplatz. Nachdem er tief in die chinesischen Berge vorgedrungen war, dort die Leere, das Abfallen von Körper und Geist realisiert hatte. Aber dann den Wunsch in sich gespürt hat, das auch an die Menschen in seiner Heimat weiterzugeben. Plötzlich war er wieder zurück auf dem Marktplatz, mitten in der Hauptstadt. Aber interessanterweise nach 15 Jahren, im Alter von 43 Jahren, ging er noch einmal in die Berge. Dieses Mal in die japanischen Berge, um dort ein Kloster zu gründen. Mit nur einem kleinen Kreis von Schülern. Und er wird sich gefragt haben, oder wenn man seine Schriften liest, erkennt man, das war eine große Frage für ihn. Warum mache ich das noch einmal? Ich könnte ja auch in der Hauptstadt bleiben. Ich würde es einfacher haben in der Hauptstadt. Für mich persönlich. Und ich kann mehr Menschen erreichen in der Hauptstadt. Muss ich wirklich tief in die Berge gehen, wo es kalt ist im Winter, wo es wenig zu essen gibt? Und wo es schwierig sein wird, für mich Schüler zu erreichen? Wo mich die Menschen kaum finden werden? Warum tue ich das? Warum gehe ich in die Berge? Eine Antwort, die sich Dogen selbst gegeben hat, war, es geht nicht darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Es geht darum, einen oder wenigstens einen halben, einen halben Schüler zu erziehen oder gemeinsam mit diesem Schüler zu wachsen. Rinsei spricht vom wahren Menschen ohne Rang. Für Dogen wäre selbst ein halber Mensch ohne Rang genug. Besser ein halber Mensch ohne Rang als 12.000 Follower bei YouTube, würde Dogen sagen. Also nur weil Dogen gesagt hat, Praxis selbst ist Ausdruck der Erleuchtung. Oder gestern in dem Text sagte er, mitten in der Irre, mitten in der Irre stößt du auf den Weg. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid. Ich weiß auch nicht, ob ihr selbst wisst, warum ihr hier seid. Aber ihr seid hier. Ihr seid hierher gekommen. Ihr habt euch die Zeit genommen. Ihr habt Geld dafür bezahlt. Vermutlich seid ihr mitten in der Irre auf den Weg gestoßen. Warum sonst würde man sich in diesem Raum hier verirren. Und Dogen sagt, in dem Moment, in dem Moment hast du bereits den Erweis gefunden, ohne zu ihm erwacht zu sein. Hätten wir nicht den Erweis gefunden, wären wir nicht auf dem Weg. Aber es fühlt sich nicht so an. Ich fühle mich nicht erleuchtet. Mir tun die Beine weh. Ich will, dass endlich die Taku zu hören sind. Dass der Inking klingt. Ich will raus. Fühlt sich nicht an wie Erleuchtung. Das meint Dogen, wenn er sagt, mitten auf dem Weg ist dir der Weg selbst im Weg. Und weil dir der Weg im Weg ist, begegnest du dir selbst. Du begegnest dir selbst als diesem verirrten Menschen mit seinem Leiden, mit seinen Ängsten, mit seiner Unsicherheit. Ein leidender Buddha, ein ängstlicher Buddha, ein unsicherer Buddha. Euer Luisirei kinder ft. Und dann, wenn er das stays mit dem Leben einsichtig ist. Und dann, wenn er das wird lower. Ich瞓 sage mit dem Weg ist,ärke爷. Und dann, wenn wir das cheaper betät er Next usted. Und dann, das bleibt ja nicht, das ist alles besser. Dogen. Vielen Dank.